Rund 1 100% Daniel 100% das eben Wieder 100% Einzigwichtige Einzigwichtig 100% Positiv, negativ, scheißegal 100% Okay Vorlage Schön Schön Oh Die kennen sich nicht, alles klar Ich fand meinen Schuss ganz nett Also Gut, gut gegen die Verabrichtung Vorlage Okay Oh, da war ja auch Daniel Ja, weil du gesagt hast Vorlage, dann komme ich Ja, aber Marco hat dann die Vorlage gemacht Und dann wollte ich nicht mehr Ich verlasse mich drauf, wenn du sagst Vorlage Achtung, Tor Oh, Marco, ey, was ist denn los? Bei dir Läuft Auf einmal hältst du einen Ball, ey Ich bin begeistert Ich weiß Du siehst das zwar anders, aber Ball halten, sag ich als nie Problem Oh Oh nein Zu erbärmlich schlecht Bei mir hatte du Daniel den auch übrigens Bei mir auch Komisch Mein Boost Alles cool Nein, da wollen wir nicht so rum, Marco Wollen wir nicht so rum Lass Daniel und mich doch mal ein bisschen Spaß haben Eben Bei mir sah es wieder aus, als ob Daniel hatte Ich habe keinen Boost Ja, echt, wann denn? Wann denn? Wow Wow, Leute, wow Und du bist nicht schlecht? Nein, Spaß Kann ja niemand was machen, ey Autsch Haha Tschö Okay Ah Ah Kobi Ah 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 Also ich weiß ja nicht, warum ihr denkt, dass ich andere und irgendwelche Beschützer brauche Tatsächlich wäre das keine Absicht, ich sehe dich nicht, wenn ich die Ballcam anhab Ja, natürlich nicht, aber ich bin krass Geht nicht Geht auch nicht Jetzt wird es gefährlich Ja Pfosten auch noch Vorlage Nein Ich bin enttäuscht von Marco Wir geben einfach mal Marco die Schuld Okay Oh fuck Ist da jemand? What the fuck? Der wäre rein, nachdem er noch berührt hat Das war gut gemacht, Daniel Danke War sehr knapp Daniel? Oh Oh Jetzt muss einer von euch Ich habe keinen Boost mehr Ich kann ein bisschen in der Luft tänzeln, aber alles geht nicht Oh Wow Hat Daniel einmal was im Leben gemacht und jetzt tut das so, als ob er alles geklärt hätte Das heißt ja echt Das heißt ja echt Das heißt ja echt Ja, super Daniel Oh fuck Oh, mehr konnte ich nicht machen, ich habe ein bisschen getänzelt Easy Super, Marco Schön gemacht, Marco Schön, dass wir ein gutes Team sind, Marco Ich habe da auch noch ein bisschen in der Luft getänzelt Ich habe den Ball zweimal in der Luft geholt Ja Ja Ich habe einen Eimer geholt und Marco einmal und so ist das Tor entstanden und bei dir so? Du 100% Tatsache, ich darf kein Tor schießen Ja Okay, Vorlage, komm Vorlage Oh, schön Oh, hier ist wieder Musti Flick Nur in schlecht Oh 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 Okay Round 2 Das heißt, wenn mein erster Schuss reingeht, müssen alle reingehen Ansonsten muss ich nur daneben schießen Bleibt einfach im Tor Okay Leider ein 50-50 Äh, der könnte gehen, Marco Oh Oh, Marco ist so krass, ey Alles getackelt Nice Okay, Marco, komm Okay Wurde weggebummt Ja Aber zu 100% Oh, fuck Nein Oh, Mann, ey Oh, Mann, ey Was? Ich war genau in der Detonation In der Detonation drin, geil Ey, was für ein Winkel, ey Du Swimming-Bagger Oh, fuck Oh, fuck Oh, fuck Oh, fuck Geht nicht Okay Okay Also, ich wollte, ich wollte den Angriff abbrechen und Marco wollte klären, also Ich verstehe Ich verstehe Oh, shit Ja, der hatte den noch Ja Marco hat das Team verlassen Okay Vorlage Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, nicht schlecht Kein Boost leider Na, aber könnte trotzdem okay werden Okay Habe ich Und Leider nicht Hab ich schade, 5050 leider Oh, ich habe nicht bekommen Na ja, ich konnte aber nichts mehr machen, außer so ein bisschen klären. Nein! Nein! Oh nein! Okay, alles gut. Alles gut. Daniel, Daniel, Daniel. Ich weiß, noch ist er nicht geklärt. Alles gut. Was eine Anstrengung. Marco? Hab ich. Nach vorne. Sehr gut. Oh! Oh, vorne. Ich wurde weg. Wie, der beste Spieler? Hallo, ich hab alles gemacht, alleine. Wer seid ihr überhaupt? Puh! Round 3. Stimmt so. Dancing Queen. Ja, genau. You and Shine, er ist ein kleines Schmein. Daniel, Daniel. Oh, du bist da gerade, oder? Doch, du bist da schon. Hey und alle. Hey und alle. Oh, nicht alle. Und drinnen. Oh, ne. Nein. Oh, nein. Ah, der geht. Ja. Daniel, hättest du ein bisschen fester geschossen gerade eben. Oh, shit. Hab ich. Hättest du den gerade eben ein kleines bisschen fester gemacht, dann wäre er drin gewesen wahrscheinlich, weil er perfekt auf die Ecke gegangen wäre wahrscheinlich. Ja. Oh, shit. Der ist schneller als ich, viel schneller irgendwie. Ui. Oh, shit. Oh. 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 Okay. Ich bin tot. Okay. Wir klauen unser Boost. Dann klauen deren Boost, Daniel. Okay. Achtung. Oh, fuck. Ich fliege die Freiheit her hoch. Du Schwein, Marco. Ich war oben und wollte drunter landen, äh, runterkommen. Daniel, hast du? Ich bin im Tor, ich bin im Tor. Marco. Okay. Oh, shit. Oh, shit. Du warst schon weg. Schon wieder weg, schon wieder weg. Cool. Alter, wie direkt der nächste kommt. Immer. Ja, natürlich, Marco. Du hast recht. Sehr nett von dir. Perfektchen Gesang. Ich denke, du bist das Original. Oh. Nein. Okay. Marco. Die Armen, ey. Die sind die ganze Zeit vor unserem Tor, ey. War eine Vorlage? Natürlich. Vorlage. Das ist eine Marco-Vorlage. War gewollt. Es war zumindest gewollt. Hat. Ja, ja. Kann ich auch sagen, Marco. Ich wollte ihn auch gerade genauso vorlegen. Einfach mal blocken. Okay. Ja, nicht so dramatisch, Daniel. Macht's jetzt. Check. Check. Trägt alle raus. Oh.